Wir haben jetzt einen Gesuchtsstatus bei den Bullen. Du weißt, wie man denen los wird, oder? Schnell fahren, nicht geschnappt werden? So in etwa. Du musst außer Reichweite dieser Idioten. Je länger sie dich nicht sehen, desto mehr lassen sie von dir ab. Aber wenn du vor ihrer Nase Leute anfährst oder einen Crash baust, dann machen sie dir das Leben zur Hölle. Noch Fragen? Okay, kapiert. Okay, kapiert. Okay, man. Gute Arbeit. Schöne dir was. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020